Oh Gott, ey, ich bin so gut wie tot. Äh, Achtung. Oh Gott, der Kopf, der geht auf deinen Kopf. Oh Gott. Was auf meinettes Kopf. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von GTA 5 Online zusammen mit Zombie Maudado und Gemma Let's Play. Hi. Hallo. Zombie ist, glaube ich, gerade nicht da, aber das ist kein Problem, denn er steht... Aber hat dein Auto vor dich gestellt. Ja, genau. Ich fahre ihn jetzt einfach hier tiptop zu unserem Nachhause in Drinne und dann passt das. Guck mal, Alter, wie er da oben steht. Die perfekte Balance. Er sollte prima Ballerina werden. Ja, Leute, heute kann es sein, dass wir schon das Finale angehen, der heißt. Und damit tatsächlich, das ist einfach die letzte und damit ist es dann auch die letzte Folge, wo wir alle zusammen Banken überfallen, Sachen klauen. Ach, Mann. Aber gab es nicht manchmal auch noch so eine Vorbereitungsmission für das Finale, also die gar nicht da richtig aufgeführt wurde? Keine Ahnung. Also ich kann mich da an irgendwas erinnern. Ich kann mir vorstellen, dass es noch zwei gibt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Da passiert nix. Das ist unglaublich. Er ist der Auserwählte. Der Arme. Tja, triffst du dich nicht. Loser. Ich will ihn noch gar nicht treffen. Natürlich. Ich habe ihn auch schon irgendwie ein paar Mal getroffen, aber es passiert nichts mit ihm. Jetzt schnell rein. Schnell, Aslak. Da. Oh, er verreckt. Ja. Ich bin drin. Ich sehe nix. Feige. Echt feige. Wieso waren das feige? Gut, ist aber weggerannt. Zack. Guck mal, Mängel. Was? Ich habe gar nicht angefragt. Ja. Aber du wirst direkt heimteleportet. Du schwingst mich rein. Ja, komm rein. In meine Bibelshöhle. Oh. Oh, mein Gott, oh no. Ich dachte, wir wären alleine. Oh, das ist das Finale. Oh. Oh, eine Milliarde. Das ist keine Million. Oh, da habe ich mir einen Trink gemacht. Oh. Da geht es jetzt los. Ähm, ohne Zombie. Hat er irgendwo was geschrieben? Was moin' ich zum Montag? Hey Leute, warum habe ich zwei Schusswunden am Rücken und stehe in Palufens Wohnung? Oh. Klopp, klopp. Ich frage schon drin. Festa. Hallo. Komm noch mal rein. Ich bin's auch. Ja. Jetzt wird es ernst. Ach, Lister. Oh nein. Ich hoffe, ich kriege wieder den Stock. Ich will den, ich hatte den nie. Ich möchte den auch. Ich will nur einmal anfassen. Wie, ich einfach noch schön oberkörperlich. Oh, ich bin so einem Stock nah. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Greif ihn einmal. Bitte. Schnapp ihn dir. Schnapp dir die Beute. Oh, ja. Schnapp dir die Beute. Du bist Hacker? Was? Guck mal, wie viel Geld wir bekommen. Oh. Oh, echt. Das ist wirklich cool. Ich bin bereit. Aber teile uns diesmal zu. Nein, du bist nicht bereit. Ich habe da nichts gedrückt. Der 550.000 hat 150, Alter. Wie viel wollt ihr denn? 450. Ich gebe jedem Prozent mehr. Teile uns erst mal die Rollen zu. Wer macht was? Ach so, okay. Ich und Maudado sollen bewachen und einer von euch ist Sprengmeister und Hacker, würde ich sagen. Oder Maudado will zu irgendwie was sprengen. Nö, nö, nö. Für mich ist alles so. Okay, also. Ich bin für alles offen. Also, wer möchte denn was sein? Ich will Nummer 3, Bewacher sein. Dann ist Manuel Sprengmeister. Und du bist Hacker? Ja. Ja, ja. Habe ich schon mal gemacht. Du musst noch ein bisschen Geld zuteilen. Ah, ja, ja. Klar. Ja. Klingt fair. Klingt fair. Bin bereit. So. Oh, nice one. Was bin ich denn für ein bisschen? Alter, mein Outfit ist... Alter, die Maudado ist ja richtig gut. Alter, du kannst alles entscheiden. Ja, geil. Wir sind alle Schweine. Oh nein. Wir können Schwein sein. Du bist jetzt ein Schwein. Aber warum bist du so ein dunkler Schwein? Der ist Dark Edgar. Bist du Schmetger? Den, 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 den. Ich bin Edgar. Dann werden wir alle die pinken mal. Manuel auch pink. Die drei pinken Schweine und das dunkle Schwein als Anführer. Oh ja. Wer ist unser Anführer? Du. Oh, das ging's nicht gut, Leute. Das geht in die Hose. Wisst ihr noch, wo die Bank ist? Nein, nein, nein. Da ist ein Fahrrad. Ja, ist mein. Ich fahr lieber bei Zombie mit. Oh, hab ich so schöne Tische. Oder ich fahr einfach bei Zombie. Er versucht, das Fahrrad zu boxen. Ja, will einer bei mir rein? Ich hab noch Platz. Nee. Okay, los geht's bei mir rein. Nein. Warte, wir können, ich fahr rückwärts. Ich fahr hinterher. Okay. Ich werde jetzt mein bestes Fahrradisches können. Ja, das bringt ja nichts. Wir dürfen nicht auffallen, Leute. Wir müssen mit Bank überfallen. Ey, hör doch auf. Wir fallen nicht auf. Das war nicht auffällig. Nein. Du fährst auf der falschen Seite. Nee, das ist nicht auffällig. Oh, wie schnell. Das ist so lächerlich. Du bist lächerlich, Manu. Oh, richtig gezielt dran vorbei. Kurven kann seinen Sportwagen nicht. Ich hab dich erwartet wieder mal. Oh, er hat uns perfekt gedreht. Ja, sehr gut. Da, über das Auto. Hä? Man, warum er jedes... Warum dürfen wir nicht töten? Surf auf mir. Surf auf mir. Bitte. Warte, komm, lass gleichzeitig ankommen. Nein, nein. Oh Gott. Danke. Bitte. Er ist da. Nein. Ah, doch. Er ist da. Okay, alles freundlich, ja? Ja. Oh, ohne Waffe, okay. Wir sind auch die... Wir sind immer gut. Er hat automatisch die Waffe gestohlen. Gute Tag. Du hast sie in die Hand genommen. Treten Sie bitte ein. Wir möchten Sie alle überfallen. Dankeschön. Wieso hat denn keiner von uns die Masse? Das ist eine goldene Waffe. Oh, hier. Bin ich froh, dass ich dich kenne. Wir haben Essen mitgebracht. Ja. Einmal hier. McRib. Danke. Pausenbrötchen. Und ich rede natürlich. Gebt uns Claudia. Gebt uns Claudia. Oh, 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 oh. Hände nach oben. Hände nach oben. Pronto. Ehm, Mondo. Da ist ein Bulle an euch dran. Oh Gott. Da war eine Wache. Und jetzt? Ja, die ist jetzt tot. Ah, die erste Kassenkür. Wir müssen die einschüchtern. Okay, okay, okay. Wir müssen die schießen. Runter, runter mit euch. Ihr macht das Zeug, Will. Ihr müsst das Zeug machen. Wir schüchtern ein. Okay. Ich esse mal kurz. Ich schüchtern mal alleine ein. Müssen wir hier irgendwie durch? Ja, aber wie? Ah, ich mach ihm was. Ah, du bist ja der Sprengrein. Achte auf deine Gesundheitsschlinge. Du hast schon gut kassiert. Und jetzt renn weg, renn weg. Ja, ja, machen wir, machen wir. Nee, doch nicht. Schon gut. Alles gut. Alles gut. Es brennt ein bisschen in meinen Augen. Boah, Tado ist das ein Schokoriegel. Ich brauche P. Ich mach das so ungerig. Ganz, ganz relaxed, Alter. Ja, wir können durch. Okay. Ich spring weiter. Ich mach das. Okay, wer isst du noch? Ich gucke, ob da von jemand von oben kommt. Und ich decke euch. So, noch eine Cola. Guck mal, ich kriege Stamferpalette. Guck mal. Oh ja, oi. Guck mal, wie viel Angst sie haben. Ja, ja, ey, ey. Bis die Bullen kommen. Beeilt euch. Ja, ja, ja. Wir sind super. Und ich koste in die auch, ja. Okay, wir können weiter. Oh, Vorsicht, da kommen welche. Oh. Oh Gott. Ja, hab ich doch gesehen. Okay, ist down. Das Geschreit ist immer nervig. Oh, warte, ich muss hacken. Ja, die schreien auch nur, weil wir so oft an die schießen. Ach so. Okay. Und jetzt? Ja, P. Da kommen Bullen. Jojo, ich muss hacken. Okay. Arbeitsplatz. Ja, ich hab die. Lokal C. Alles gut. Zugriff verweigert? Ach so, das externe Medium. Äh, Hack, Connect, Excel. Oh, benutze Brute Force. Was muss ich machen? Du musst ja, glaube ich, immer nach rechts drücken, genau, wenn da Platz ist oder sowas. Ja, wenn es in der Mitte ist, musst du, glaube ich, weiter drücken, wenn es ist. Ach so, okay, ich hab's verstanden. Hey, das ist nicht so schwer. Hätte der Hacker das vorhin nicht üben können. Zack, hab's. Ja, das war diesmal ein anderes Rätsel. Zack. Oh. Ja, Tresor, öffnet euch. Ja, okay. Perfekt. Rass du, bei der Mission verlieren wir übrigens Geld, wenn wir Schaden kriegen. Was? Oh. Wir müssen bald mehr das Geld haben aber erst. Schnappt euch das Bargeld. Leute, plündert's eine Million. Oh, ja, 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 ja. Ja, ich schnapp mir ordentlich. Los. Wir brauchen mehr Geld. Ja, ich mach mehr, ja, mehr, 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 mehr. Nee, nee, wir haben, ich hab, selbst ich hab jetzt schon fast eine Million. Ja, ja, das ist von uns allen. Ich seh das doch auch. Ach so. Okay. Zack. Wir haben alles. Wirklich alles. Okay, sehr gut. Papa, woher neue Schuhe? Okay. Hey, Papa, mach das. Oh, oh, Alarm. Das heißt, sie muss uns jetzt beschützen, ne? Okay, okay, okay. Komm zum Eingang. Machen wir, machen wir, machen wir. Nee, nee, jeder, egal wer von uns getroffen wird. Ach so, oh nein. Oder? Okay, wir kriegen gleich alle so Geldbeutel auf den Rücken. Ja, ja, müssen wir hier. Wir haben einen gezwungenen Part so gesehen. Ach so. Ich such mir mal hier hinten weg. Oh Gott. Oh, oder auch nicht. So. Alles wegspringen ist gefährlich. Na ja, wenn ihr das gut macht. Da draußen kannst du springen. Nur nicht selber treffen, bitte. Ja, das sind sehr viele. Also es ist... Ach, das war ich. Ja. Der Schmittger. Jetzt zeigen wir denen mal, was Freedom ist. Okay, Freedom Squad. Go, go, go. Nee, nee, es geht nur um uns, Palette. Lass verstecken, die machen das. Ach so, okay. Hör auf zu schießen. Versteck dich. Oh, oh, geht von der Tür weg, von der Tür weg. Oh, nein, nein. Oh Gott. Warum macht Modano das denn auch? Der macht sie immer kaputt. Immer. Oh Gott. Oh Gott, Junge. Ja, war's denn? Junge, das ist doch nicht deine Erden. Das sind zwei Sachen geworfen. Das ist... Die Granate am Ende habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, da kommen unendlich Polizisten, soweit ich das in Erinnerung habe. Okay. Also wir müssen ein paar töten und dann irgendwie durchgehen. Okay, ich würde sagen... Verschwindet! Du bist so! Hör auf mit den Explosiven, bitte. Niemals! Okay, rechts rum. Ja, jetzt müssen wir raus. Rechts rum dann raus. Go, 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 go! Wir müssen nach links. Links ist der Part, wo wir lang müssen. Ach so. Ach, jetzt gut. Das ist abgeschlossen. Nee, nee, wir können nicht in die Autos rein müssen. Ach so. Wir müssen da zu füß durch die Gasse da vorne. Ich bin fast tot. Also geht ihr vor? Folge der Fluchtroute. Ja. Regeneriert mein Leben nur bis zur Hälfte? Ja, ne? Irgendwie sowas war da. Oh Gott, sind da viele. Ich bin fast tot. Hinter uns sind welche gespawnt. Von hinten kommt Polizism. Ja, okay, warte. Ich guck da sich hin. Ja, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Oh shit. Die nächste Gasse rechts. Ja, hier, hier kommen jetzt direkt welche. Hinter uns sind richtig viele. Ja, deswegen müssen wir weiter. Oh, der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Okay, nice. Los, los, los. Okay. Dann kommen wir hier über die Wand. Oh nein, dem hier ist einer. Oh Gott. Kommen hinter uns wieder welche? Ja, hinter uns kommen auch wieder welche. Einfach laufen, einfach laufen. Okay, 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 okay. Komm, ich komm, ich komm. Au, au, au. Komm, über die Wand. Okay. Das geht. Mit zwar wahrscheinlich den Kopf gebrochen, ist aber alles gut. Okay, ich lauf, 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 lauf. Ich hab Geld verloren. Ich würde von hinten gerade angeballert. Ja, ja. Ja, ja. Aber besser als sterben. Ja, das stimmt. Ach, da vorne? Ja, rüber, rüber, rüber. Geh durch, die Gasse. Oh Gott. Ich laufe, oh Gott. Ich werde wahrscheinlich sterben. Helikopter. Soll ich ihn abschießen? Ich schieße ihn ab. Ich laufe ganz hinten, ich decke. Okay, oh. Okay, weiter. Vorsicht, da kommt schon wieder welche. Ich müsste unbedingt mal irgendwas essen oder so. Nice. Wir brauchen keine Zeit dafür. Okay. Ich laufe hinter dir. Die treffen mich. Weil wir bei den Motorrädern instant haben wir einen Checkpoint. Okay, nice. Oh Gott. Ich bin so gut wie tot. Oh Gott, der Kopf, der geht auf deinen Kopf. Oh, Kopf. Was auf ein paltes Kopf. Alter, Falter. Das wäre so ein Kuss. Das war ein Kuss. Ja, ich... Wo ist er denn? Okay. Oh, guck mal, die Motorräder. Jo, komm, lass gehen. War mir... War ein Zufall, dass die da stehen. Ja, ich hab nicht gedacht, Monik. Warte mal, ich muss... Oh Gott. Jetzt müssen wir nach Acapulco. Ja, wartet, wartet. Kurz. Snacks. Ja, wartet am Ausgang. Sobald wir rausfahren. Ich hab keine Snacks. Okay. Was, Snacks? Inventors? Ich hab leider keine. Nepo Chaser. Oh, bin voll. Lecker. Achso, geht's klar. Panzerung. Ach ja, ich hab ja auch eine schwere Panzerung. Die sich auch noch an. So. Okay, Leute. Kommt. Okay. Ja, da sind welche. Wir müssen aufpassen, nicht Ramm. Ja, ja. Drei, zwei, eins. Go. Follt mir. Okay. Okay, folgen wir einfach mal da, du. Der Vorderung, ja. Sehr gut. Oh, oh. Nitro an. Oh Gott, wenn man hier einmal... Über die Rampe. Ja. Ja. Wuuuuh. Nicht der Rute voll. Wir haben ja schon 200.000 verloren fast. Was macht ihr denn? Das waren die Helikopters. Ja, die haben wirklich extrem reingehauen. Achso, die zwei Autos. Jo. Die sind aber unfair. Okay, folgt mir. Nein, nein, nein. Ja. Wir fahren da links hoch. Achso. Wo? Hier links? Hier den Berg links, genau. Ja, da vorne ist so eine Straßensperre. Ja. Nur keinen Unfall bauen. Vorsicht. Oh, da muss man aber drüber kommen. Jetzt der Straße folgen und dann vorne gleich wieder den nächsten Berg hoch. Okay. Sobald die Gabelung kommt. Einfach Mordado folgen. Was für eine Gabelung, Alter. Äh. Wo geht's da? Wo ist Mordado? Mordado kennt den Weg nicht. Doch, doch. Ich kenn den Weg. Paluten? Achso, achso. Oh Gott. Sorry, ich hab da ein Dinges gesucht. Fahr nicht ganz so schnell Mordado. Paluten muss noch ein Stückchen aufholen. Oh, oh. Ich fahr hier volle Kanne in die Polizei rein. Hast du's überlebt? Ja, ich bin da. Dann fahren wir einfach hier hoch. Oh nein, das wird gefährlich. Einfach nicht die Bäume ramm. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Warte. Was für Bolten? Ja, okay. Und dann fahren wir hier einen Berg hoch und dann von da aus können wir weiterplanen. Ich bin Experte. Ich hab das schon hundertmal gemacht. Beim ersten Mal haben wir echt ewig viele Versuche gebraucht. Aber das ist mega cool. Ja, echt krass, dass du einfach dann, keine Ahnung, dass du eine Route nehmen kannst. Ja, das ist echt cool. Oh, aufpassen, aufpassen, ja. Nicht da runter brettern. Oh. Hilfe. Ja, ich glaub. Äh, Paluten ist noch außerhalb vom Zau. Okay, okay, da kommen jetzt halt Polizei wieder entgegen. Ja. Bin da. Wir gehen hier rechts einfach durch. Oh ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Oh, das ist gut. Der Berg ist echt ein guter Schatz. Ja, das ist wirklich eine mega geile Route. Oh, da musst du aufpassen. Der Hügel ist sehr... Ja, okay. Nichtrooo. Oh nein, 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 kein Nitro. Nee, kein Nitro. Oh Gott, ja, da musst du aufpassen. Ich hab fast nur einen Fall. Langsam fahren, langsam fahren. Oh Gott, fass ran aus. Langsam fahren, während der mich rammt. Ich hab den nicht gerammt, ich hab den nicht berührt. Du hast mich bei mir gerade den halben Berg runtergeschubst. Ich weiß nicht mal, wo mein Motorrad ist. Ich hab mich keinen Schubberuh. Oh nein. Warten mal auf Zombie hier. Auf der Wiese brauchen sie Ewigkeiten, bis sie da sind. Wo ist mein Motorrad gelandet? Da ist, hinten ist noch ein Heli. Bitte doch eh angezeigt, oder? Nee. Ich steig meine Maus. Äh, ja, wir töten die Helis für Zombie. Okay. Und schnappen wir ein Auto. Nice. Okay, perfekt. Ja, ich fahr mit meinem Auto jetzt. Perfekt. Das Auto kommt halt nicht so gut übers Gelände. Ja, aber was soll ich für eine Wahl? Inventar, Panzerung, schwere Panzerung anlegen. So, jetzt halt ich wieder ein bisschen was aus. Ja, da kommen schon wieder Bollen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Der hat mich fast weggerammt. Aber bis dahin geht's, ne? Ja, bis dahin, also, na, das eine Mal, das eine Mal war es mega knapp. Also ich hatte richtig wenig AP. Oh Gott. Ich hab ein Schild gerammt. Hui. Oh. Da ist ein Helikopter. Hui, ich bin ein fliegendes Auto. Ja. Wir dürften auch ein, in der Theorie haben wir doch ein, ne, wir haben keinen. Was denn? Ich hab gedacht, wir hätten einen Fallschirm, weil den haben wir eigentlich auch immer benutzt. Das würde ich jetzt nicht riskieren. Ne, ne, ich wollte nur wissen, ob wir einen haben. Boah. Wir fahren jetzt auf die Zugschienen und dann folgen wir denen. Okay. Oh, kann ich auf den Zug? Oh, oh. Äh, wo ist mein Motorrad? Haha, irgendwo in dem Busch. Also du hast wenigstens ich den ganzen Berg. Okay, wartet, können wir hier ganz kurz ne Sekunde, dann kann ich mal ne Pacecam neu starten. Ich hänge im Busch fest. Okay, P-Diesel ist auf den Schienen. Warte, vielleicht kann ich den sogar abbildern. Wo ist der denn? Ich fach. Nein, ich fahr lieber hinter euch. Und dann vor dem Tunnel rechts im Berg hoch. Oh Gott, ich hab's. Also ich hab einfach nur ne Explosion gehört. Was vor dem Tunnel, rechts hoch? Ja, rechts im Berg hoch, also rechts runter, links hoch. Also rechts erst ein Stück hoch und dann links im Berg hoch. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Auto schaffen. Oh, das wär bitter. Das ist echt bitter kurz davor. Du musst an das Auto belieben, oder? Ja, ich liebe. Sein Belieber, warte, wir schieben. Ich, ich, ich. Ey, wir können ja helfen. Nein, pass auf, sonst fallen Rutschi doch rückwärts. Okay. Ach. Oh, oh. Oh, hallo. Oh, ja, ich seh ihn. So, woher? Und dann sind wir auf die Brücke, glaube ich, sogar. Ich weiß, dass wir mit dem Fallschirm ins Ziel geflogen sind. Aber wir müssen jetzt im Boot. Also, ab hier weiß ich's nicht mehr sicher. Okay. Aber im Prinzip sind wir recht weit. Also, ich weiß, dass wir mit dem Fallschirm damals einfach runtergesprungen sind. Oh, also ich würde da lang gehen auf jeden Fall. Ja, fahr einfach da lang. Weil da links sind irgendwie 100 Polizisten auf der Straße. Ey, der verkackte Helikopter macht so viel Damage an uns, glaube ich. Ja, gerade geht's. Aber du bist ein talentierter Autofahrer in dieser Situation. Das ist wirklich. Das ist eine Sackgasse. Nein, wir müssen jetzt einfach hier runter. Oh, ja, ja, das ist sehr gut. Bremse, Bremse. Ja, ja, ja. Aber viel Bremsen. Wir landen doch in der Kacke-Helikopter. Mann, der verfolgt uns. Jetzt sammle ich doch in das Wasser. Nee, nee, da passt es. Oh Gott. Das ist mir knapp für Palätoge nicht. Oh, nein, ich habe einen Unfall. Nein, Schwingel. Der Motorrad liegt hier. Da kommt's wieder. Okay, jetzt müssen wir nur zum Boot. Dann sind wir weg. Okay, geradeaus. Überfahr einfach, Alter, Zombay. Überfahr eine Polizisten. Okay, ich überfahre die Polizisten. Undercover-Polizisten. Da sind auch mehr Cups. Okay, sehr gut, Zombay. Die wollen unser Geld. Oh Gott. Da kommen jetzt aber wirklich noch mal welche. Nee, nee, das sind ein paar Sanden. Oder du? Für dein Bestes. Ja, ich schieß auf die. Äh, ich kann sie, ich kann sie, warte. Ich schuze tot. Oh, ja, okay. Okay, weiter, warte. Ein Afghaner hat in der Hand. Geht schon mal ins Boot. Okay. Ja, einer kann ja schon mal ans Lenkrad gehen. Mach ich, mach ich. Oh Gott, da sind aber noch Polizisten. Ja, man sieht's. Ja, ja, wir müssen aber. Ich park hier mal. Ich bin am Steuer. Ja, sehr gut. Einmal F drücken. Einmal nur uns. Oh, irgendwo rechts. Einmal F drücken. So, mir steckt schon ein. Okay, okay. Okay. Oh, Gottes Willen. Go, go, go. Die Sache ist halt ein Leben und wir haben es irgendwie bis jetzt zumindest geschafft. Das stimmt. Die Schweine, die fahren aufs Weg raus. Leute, wir haben schon wieder 200.000 Dollar verloren. Was habt ihr gemacht? Ui, ja. Leute, wir sind reich. Feuer, Schweine. Feuer, Schweine. Unglaublich. Jetzt weiß ich, wofür das steht. Da hat er wieder den Stock. Oh, bitte. Ich will ihn nur einmal ablecken. Oh, da sind wir. Yeah, yeah, yeah. Nice one. Ich will auch. Oh, hä? Oh, 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 oh. Nur Palak kriegt den Handschlag. Oh, ja. Oh, da reibt er sich die Hände. Oh, der Aslak von ganz oben. Äh, ganz unten meine ich. Nach ganz oben. Das haben wir gelacht. Das muss auch die ultimative Party sein, die wir gleich geben. Ich will mein Geld. Wo ist mein Geld? Hallo? Ich muss dir leider was sagen. Was denn? Jemand zieht gleich das Kabel bei dir. Kabel? Was für ein Kabel? Ein Internetkabel. Ja und? Dann kriegst du dein Geld nicht. Yoga, gib uns mein Geld. Ja, ja, ernsthaft. Geld, ja. Ja. Ja, da klatschen wir ein. Nice. Hat er jetzt da zwei Millionen drauf? Uh, die haben es nicht gemerkt. Jawohl. Aber sein Stock liegt da. Ach, Mann. Oh, weil ich gestorben bin. Ja. Mögliche Beute? Eine Million. Tatsächliche Beute? 850. Anteil an der Beute? 342.000. Elite-Herausforderung? Oh. Unter 10 Minuten. Aber ja, das ist euer erstes Mal. Ich krieg gleich richtig viel Geld. Moos nicht gerufen. Niemand wird erledigt. Elite. Oh. Unverendet. Oh, Mann. Bonus erstes Mal. Ja. Nur 270.000. Bonus komplett. Der Reih nach. Was? Alter, hab ich gerade 1,4 Millionen? Ja, was? Ich auch. Der Aslak. Warum hast du nur 1,4 Millionen bekommen? Weiß ich nicht. Ich hab auch 1,4 Millionen. Kein Plan. Vielleicht wegen Platin? Kann sein, ja. Oh. Weil ich einfach krass war. Das weiße Licht. Ui. Was ist das denn für eine Party? Alter, Banu. Geil. Oh, nice. Wir stehen rum. Warum sind wir nicht in einem Club? Guck mal, die Stadt gehört jetzt mir. Ja, miau. Oh ja, Mann. Du kannst auch was abhaben. Oh ja, geil. Nice. Oh nein, ich hab keine Raketenwerfer-Munition mehr. Das bedeutet, ich bin frei. Du bist frei. Freedom. Freedom. So, Leute. Das war... Nein. Ja, nein. Es sei... Warte, stopp, stopp, stopp. Wir sind ein ziemlich Leben. Ich hasse dich, Banu. Leute. Ich hab überlebt. Wir haben es tatsächlich. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alle Highs von, äh, praktisch von 0 auf 100 durchgespielt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hab jetzt auch gerade den Lectro als Einkaufspreis Freischaltung. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Leute, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat dieses... Es war ja schon ein kleines Projekt, kann man so sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst unter keinen Umständen bei German Let's Play, Maudado und Zombie vorbeizuschauen. Die drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst eine Bewertung da und habt jetzt einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Vielen Dank.